Die Ukraine setzt gegen Russland vermehrt auf Aktionen zu Wasser. Beobachter sehen hierin den Versuch, Moskau mit dessen eigenen Mitteln zu schlagen. Zuletzt geriet die ukrainische Gegenoffensive zu Land ins Stocken. Umso erfolgreicher scheint sich das Vorgehen gegen die russischen Invasoren aktuell zu Wasser zu gestalten. Beobachtern zufolge rücken das Schwarze Meer und das angrenzende Asusche-Meer nun vermehrt ins Zentrum der Kampfhandlungen. Verstärkte Kampfhandlungen im Schwarzen Meer Wie unter anderem das Magazin Focus berichtet, setze Kiew offenbar darauf, Russland mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. So hatte Moskau im vergangenen Monat ein für die Ukraine messgebliches Getreideabkommen aufgekündigt. Seither gelten dringend notwendige Exporte über das Schwarze Meer als nicht mehr sicher. Nun verstärke das ukrainische Militär sein Vorgehen gegen die russische Präsenz vor der Küste. Denn auch für Russland handelt es sich bei den Seewegen um strategisch wichtige Routen. So werden die Passagen von Russland ausgiebig für Ölexporte genutzt. Unter anderem griffen ukrainische Drohnen den russischen Tanker SIG in der Straße von Kerch an. Die Meerenge befindet sich vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Auch eine strategisch wichtige Brücke habe deshalb zeitweise nicht genutzt werden können.